Ja, Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, ja, dass durch uns entstünde die Erkenntnis Gottes im Angesicht Jesu Christi, sagt der Paulus in diesen hellen Schein, den sieht man auch im Neuen Testament, immer wieder neu aufleuchten. Vor allem, wenn man das Neue Testament so im Kontrast zum Alten Testament sieht, ja, in einem gesunden Kontrast, ja, nicht in der Konkurrenz, sondern einfach in dem Kontrast, dass das Alte Testament mit dem Gesetz für den Gottesmenschen geschrieben war, der auf Erden war, ja. Während das Neue Testament ist für den Himmelsmenschen geschrieben, der immer noch auf Erden ist, ja. Das Neue Testament hat eine andere Perspektive, das Neue Testament, das zieht in die Höhe. Das Alte Testament, das ist irdisch, das ist wie, ich sag immer gern, wie so frisch geackerter Boden oder wie die Erde riecht, wenn es frisch geregnet hat oder wenn man in die vollen Ähren greift oder wenn man durch den Wald geht und an die Rinde der Bäume fasst. Das ist das Alte Testament, das ist irdisch, das ist voller Bilder, das ist sehr, sehr liebevoll geschrieben von Gott. Und das Neue Testament, das ist fast, gerade der Paulus, das ist so kristallin, himmlisch, strahlend, hell, wie so ein heller Schein, der vom Himmel ins Leben rein leuchtet, so empfinde ich das manchmal, ja. Und diesen Schein, der eigentlich auf Christus geht, ja, das ist das, was das Neue Testament beleuchtet und wo das Neue Testament so ganz anders formuliert ist wie das Alte Testament. Also wir haben auf der Herfahrt auch gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es auch mal kurz erwähnt, dass Paulus sagt, wir sind mit Christus gestorben, wir sind mit Christus begraben, wir sind mit Christus auferstanden, wir sollen in Neuheit des Lebens wandeln mit ihm, das ist so fremd dem Alten Testament. Ich drücke das mal ein bisschen anders aus, dann wird euch das deutlich, was das heißt. Das heißt, wir sind ein Teil des Messias, oder? Jetzt denken wir erst mal, Moment, Moment, Moment. Ja, wir sind doch ein Teil Christi. Christus ist das Haupt und wir sind die Glieder. Naja, Christus ist griechisch, ja. Im Hebräischen heißt Christus Messias, Maschiach. Aber wir sind auch ein Teil des Messias. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war ja Ketzerei, wenn die Apostel das behauptet haben, ja. Das ist ja so, dass Israel wartet auf seinen Messias. Und wir dürfen ein Teil des Messias sein, weil wir Teil der göttlichen Natur werden. Mehr darf man darüber nicht sagen. Den Rest offenbart Gott, wenn das soweit ist, ja. So anders ist das Neue Testament im Vergleich zum Alten Testament. Und im Alten Testament hat man halt die Vorgabe, dass man das Gesetz tun soll. Paulus sagt, das Gesetz ist nichts des Glaubens. Das Gesetz soll getan werden. Und wer das Gesetz tut, der soll leben. Und zwar ewig. Wer hat das Gesetz getan? Christus, als Einziger. Und er lebt ewig, ja. Hat trotzdem den Tod erlitten. Und da ist Platz für uns. Da hat der Mensch Jesus mehr getan, als für sein eigenes Heil notwendig gewesen wäre, ja. Der Mensch Jesus hat für sein ewiges Leben das Gesetz gehalten. Und deswegen sollte er ewig leben. Deswegen hätte er auch mit seinem Leib leiblich jederzeit in den Himmel auffahren können, weil selbst sein Leib und sein Fleisch keine Sünde getan hatte, ja. Deswegen konnte sein Leib auch auf dem Berg der Verklärung verklärt werden, ins Himmlische, weil da keine Sünde dran war, ja. Und er hat das Gesetz vollständig gehalten und hat zusätzlich den Tod erlitten, also die Strafe erlitten für das, was der Sünder normalerweise erleiden müsste. Und da hat er mehr getan, der Mensch Jesus, als für sein eigenes Heil notwendig gewesen wäre. Und da ist der Raum, wo wir uns hinstellen. Ich zeige euch mal ein paar Dinge, die mir auch ganz wichtig geworden sind, nämlich dieses Thema Frucht statt Werke. Und gilt was Gesetzes für den Christen noch, ja. Im Neuen Testament findet ihr nirgends die Aussage, dass man das Gesetz noch halten müsse. Man findet das nirgends wo, das ist erstmal eine erstaunliche Aussage, man findet aber so Aussagen wie zum Beispiel, bringt Frucht, ja. Oder man findet so Aussagen, wie das Paulus sagt, zieht den alten Menschen aus und zieht den neuen Menschen an. Das kann man aber nur, wenn man einen neuen Menschen hat. Ja, da muss man also wiedergeboren sein, da braucht man Gottes Geist für und dazu muss man von neuem geboren sein, dass man eine neue Natur hat. Und Paulus sagt, zieht diesen neuen Menschen an, ja. Das heißt, dass im Neuen Testament ganz andere Vokabeln und auch eine ganz andere Perspektive aufgemacht wird, wie im Alten Testament. Und unser Problem oft als Gemeinde im 20. Jahrhundert und auch bei vielen Kirchengemeinden, sage ich mal, das kommt auch noch, so ein bisschen geht es auf den Luther auch zurück, dass der auch die Gebote immer wieder noch als zentrale Aussage nimmt. Und die Gebote sind gut und richtig. Und wenn wir wissen wollen, wie ein Mensch richtig lebt und seine Lebensführung macht, dann können wir ruhig die zehn Gebote lesen und uns auch daran halten. Aber unsere innerste Aufgabe ist nicht, die Gebote zu halten, ja, sondern Christus darzustellen. Frucht zu bringen. Den neuen Menschen anzuziehen. Und der Christ lebt auch nicht aus dem Wandel heraus, sondern aus seiner Stellung in Christus. Seine Stellung ist in Christus und ist perfekt. Und Paulus sagt, diesen neuen Menschen, den zieht auch an. Zieht den alten Menschen aus und zieht den neuen an. Aber Paulus sagt nirgendwo, halte das Gesetz. Das wäre aber doch naheliegend gewesen. Der war ja Pharisäer. Was wäre naheliegender für ihn, als zu sagen, ich bin im Gesetz untadelig gewesen. Ich halte das Gesetz immer noch. Halte dir auch das Gesetz. Jesus ist der Messias, aber das Gesetz müssen wir trotzdem halten. Das wäre eine ganz nachvollziehbare Haltung von Paulus gewesen. Macht er nicht. Er lässt das alles hinter sich und er sagt, Christus allein. Christus ist unser Gesetz. Das Gesetz des Geistes gilt. Das Gesetz Christi gilt. Wir sind nicht ohne Gesetz. Wir sind keine Anomisten. Und Paulus verwendet aber trotzdem im Neuen Testament ganz andere Vokabeln. Er sagt hier also, seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz durch den Leib Christi, weil wir mit Christus mitgestorben sind. Wir sind dem Gesetz getötet, damit ihr eines anderen seid, nämlich des, der von den Toten auferweckt ist, auf das wir Gott Frucht bringen und nicht mehr das Gesetz halten. Wir sind dem Gesetz gestorben. Wir sind getötet dem Gesetz mit Christus, mitgestorben, mitbegraben, juristisch tot. Ha, de facto sind wir schon noch lebendig. Da kommt der alte Mensch immer wieder mal hoch. Wie sagt der Luther, der muss immer wieder mal ersäuft werden. Der alte Mensch will immer noch sein Recht haben und der fordert es auch ein. Und trotzdem sagt die Bibel, in einem Heiligungsleben, in einem Glaubensleben wird der neue Mensch irgendwann auch Oberhand gewinnen. Da sorgt auch Gott für. Aber das Mühen im Gesetz, das Arbeiten im Gesetz, das Arbeiten an mir, um meine Persönlichkeit zu verändern und so weiter, das hat aufgehört. Das macht Gott an uns. Wir sollen nicht an uns selbst rum vorwerken. Wir werden nie echte Menschen dadurch. Wir werden Typen, aber wir hatten keine Charaktere. Aber Gott will Charaktere. Gott ändert uns. Und das ist auch vielleicht eine Glaubenssache, sich darauf zu verlassen, dass Gott unsere Persönlichkeit ändert und das neu macht. Und trotzdem ist der alte Mensch immer noch da. Und Paulus sagt ja auch, der Geist ist wieder das Fleisch und das Fleisch ist wieder den Geist, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Diese Zerrissenheit ist im Glaubensmenschen auch drin und die ist normal. Das ist eine natürliche Konsequenz daraus, wiedergeboren zu sein. Denn der Gesetzesmensch hat diese Probleme nicht. Der Gesetzesmensch sagt, was habt ihr denn immer mit eurer Sünde? Ist alles okay. Ich streng mich ja auch an. Ich wasche pünktlich mein Auto und zahle meine Steuern. Ist alles gut. Ich weiß nicht, was euch fehlt. Der Glaubensmensch fühlt sich in so einem Umfeld, fühlt er sich, wie soll man das sagen, der fühlt sich alleine oder fühlt sich missverstanden, dem fehlt da etwas. Und wenn der sagt, mir fehlt aber das Evangelium, ich kann das nicht richtig ausdrücken, was mir fehlt, dann sagen die Gesetzesleute, wieso? Ist doch alles gut. Wir lesen doch auch aus der Bibel und er weiß gar nicht, was du hast. Die können das nicht verstehen, die können das nicht nachvollziehen. Wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen. Paulus natürlich im Galaterbrief. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit oder Enthaltsamkeit. Er sagt, Paulus spricht von einer Frucht des Geistes. Für Paulus geht es nicht mehr darum, das Gesetz zu erfüllen, sondern er sagt, das, was die Ausprägung des christlichen Lebens ist, ist eine Frucht. Und diese Frucht hat neun verschiedene Seiten. Das ist eine und dieselbe Frucht und die hat ganz unterschiedliche Seiten. Und die beschreibt er hier. Nicht die Früchte des Geistes. Das ist eine Frucht. Warum kann ein Mensch überhaupt Frucht bringen? Nur wenn er lebendig ist. Ein Stein bringt keine Frucht, eine Treppenstufe bringt keine Frucht, ein Balken, bringt keine Frucht, kann das alles nicht. Der Baum bringt nur Frucht, wenn er lebendig ist. Ja gut, aber wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir von Neuem geboren sind, wenn wir von oben herab gezeugt sind, dann sind wir ja lebendig geworden. Dann ist die Konsequenz auch nur eine, dass wir Frucht bringen. Und diesen Schritt, diesen Glaubensschritt und diesen Offenbarungsschritt zu gehen, aus dem Gesetz vom Sinai hinaus, hin in das Gesetz Christi und das auszuformulieren und so auszudrücken, das ist ein Wunder eigentlich, ja. Das ist vom Himmel herab, was der Paulus da macht. Ja, und dann beschreibt er hier diese Frucht des Geistes, ja. Oder in Philippa 1, zumal aber im Fleischleben dient, mehr Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, welches ich erwählen soll. Da sagt Paulus, ich habe eigentlich mehr Lust abzuscheiden, beim Herrn zu sein. Aber weil ich noch im Fleisch bin und noch bestimmte Frucht bringen soll, weiß ich nicht, sollte ich noch erwählen, hier zu bleiben, oder soll ich erwählen, lieber beim Herrn zu sein? Und diese Entspanntheit, ja, zum Herrn zu gehen oder hier zu sein, das ist etwas, diese Gelassenheit, etwas, was ich für mich suchen würde. So gelassen bin ich nicht, ja. Ich will gerne noch einen Plan B haben und noch einen Plan C, ja. Also diese absolute Ergebenheit in Gottes Führung und Willen, das ist für mich ein Sprachpunkt in meinem Glaubensleben. Meine Tochter hat einen Hund, das ist ein großes Vorbild für mich. So ein gelassenes Tier habe ich noch nie gesehen. Der liegt auf dem Boden und wenn du sagst, komm, wir gehen Gassi, dann steht er auf und geht Gassi. Ah ne, wir gehen doch nicht Gassi, dann legt er sich wieder hin. Der lebt im Absoluten Jetzt, ja. Für den gibt es kein Gleich oder eben noch oder nachher, ja. Klar, der hat Hunger, das ist ein Problem für ihn. Aber sonst, dieser Hund ist die absolute Gegenwart, ja. Der lebt im Absoluten Jetzt und wenn du dem was gibst, Käse mag er gerne, ja. Keine Ahnung, warum, aber der mag halt Käse. Ist ein rumänischer Hund. War auch günstiger, glaube ich, ja. Aber ein ganz lieber Kerl. Und mit Käse kannst du ihn auch irgendwie hinterm Ofen vorlocken, aber dann legt er sich wieder hin, das ist die totale Gelassenheit. Und diese Gelassenheit, die finde ich so entspannt. Das ist natürlich ein schwaches Beispiel, ja. Ich entschuldige mich, also der Olaf Latzler hat, glaube ich, auch mal seinen Hund irgendwie zitiert in der Predigt, ja. Ist ja gar nicht mein Hund, ja. Ich will damit nur ein bisschen illustrieren, diese Gelassenheit beim Paulus. Zumal aber im Fleisch zu leben dient, noch mehr Frucht zu schaffen, weiß ich nicht, was ich erwähnen soll. Also er hat Lust abzuscheiden, aber er weiß, es ist noch gut, hier zu sein. Und diese Gelassenheit zu sagen, ich bin jetzt hier, hier hat mich Gott hingestellt, hier bin ich und hier stehe ich auch. Und ja, hier tue ich auch meine Arbeit. Das ist eine schöne Haltung im Glauben eigentlich, ja. Aber diese Frucht zu bringen oder auch zu sagen, der Glaube allein an Christus genügt, das ist etwas Skandalöses, ja. Und das erlebe ich auch immer wieder im Internet, wenn ich sage, der Glaube allein genügt, dann sagen mir halt viele Leute, ich habe das gestern schon mal angedeutet, die sagen, du willst ja wohl in allen Sünden leben. Und das kommt daher, da ist ein Missverständnis passiert da. Weil ich sage, um gerecht zu werden vor Gott, genügt der Glaube. Aber diese irdisch gesinnten Christen, denen geht es nicht darum, ob sie gerecht sind vor Gott. Das wähnen sie sich ja ohnehin. Denen geht es um etwas anderes. Denen geht es darum, ein christisches Leben zu leben. Ein ethisches Leben, ein moralisches Leben, ein christliches Leben zu tun, um sich selber zu zeigen, dass sie recht sind und anderen zu zeigen, dass sie recht sind und Gott zu zeigen, dass sie recht sind. Das ist eine ganz andere Haltung, die dahinter steht, hinter diesem Glauben. Und wenn ich jetzt komme und sage, der Glaube genügt, dann missverstehen sie mich. Ja, und euch auch. Weil ihre Perspektive ist eine andere. Ihre Perspektive ist ja, wie kann ich mein Leben christlich leben. Und wenn ich jetzt sage, der Glaube genügt, dann denken die, ich hätte gesagt, um euer christliches Leben zu leben, braucht ihr gar nichts zu tun. Und das sage ich nicht. Das ist das Missverständnis. Ich sage, um vor Gott gerecht zu werden, genügt allein der Glaube. Und es gibt nichts anderes, womit wir vor Gott gerecht werden könnten, als der Glaube an das, was er auf Golgatha getan hat. Das heißt, meine Blickrichtung geht dahin und deren Blickrichtung geht dahin. Hier hin. Hände, Füße, Beine. Ich will was tun. Ich will was tun im Glauben für Jesus. Ich habe auch keinen Fisch auf dem Auto. Ich habe einen Thunfisch auf dem Auto. Ja? Ich will was tun. Ja? Ich bin ein Tu-Christ. Ja? Manchmal sieht man das so. Ja? Ich freue mich über jeden Fisch, den ich auf dem Auto sehe. Ja? Ich habe der Anja gesagt, wir kleben jetzt auch einen aufs Auto. Zu Hause liegt wohl irgendwo einer. Ja? Und ich finde das gut. Also im Süddeutschen findet man das ganz oft viel öfter als hier. Aber ich schmunzle manchmal so ein bisschen. Es gibt eine Art von Christsein, das erdisch gesinnt ist. Und dieses erdisch gesinnte Christsein verwechselt etwas ganz Zentrales. Ja? Eine Kuh, die auf der Weide steht, die kann viel besser nach unten gucken, weil da ist ihr Futter. Die steht ja ständig in ihrem Essen. Ja? Die Kuh. Die guckt nach unten, das kann sie gut. Aber nach oben fällt eine Kuh schwer. Ja? Nach oben zu gucken. Und diesen erdisch gesinnten Christen fällt das auch schwer. Und deswegen ist das Missverständnis. Sie wollen ihr christliches Leben leben. Sie wollen ein christliches Handeln zutage fördern. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, der Glaube genügt, dann sagen die, ja, du willst wohl nichts tun im Glauben. Wir sind aber die, die was tun wollen hier, ja? Und das, was du tust, das ist sowas hier. So ein Hängematten-Christentum, ja? Du bist wohl einer, der nichts tun will für deinen Herrn. Aber das habe ich nicht gesagt, ja? Ich glaube, wenn jemand im Glauben vor Gott steht und Christus erkannt hat, dann kann der nicht anders als auch zu tun. Aber der tut nicht moralische Dinge, sondern der tut Christus darstellen. Als Beispiel, als der Josef nach Ägypten geht, da ist sein ganzes Leben, was der Josef gelebt hat, im Nachhinein ein ganz deutliches Bild auf Jesus Christus. Von seinen Brüdern verraten, ins Gefängnis geworfen, ja? Als ob er in die Hölle hinabgeworfen ist, da kommt es ja aus dem Gefängnis in Ägypten nie mehr raus, ja? Dann wird er aus dem Gefängnis rausgeholt, wird zweiter Mann in Ägypten, Gottkönig in Ägypten, ja? So wie Christus auch unter Gott Herr der ganzen Welt sein wird. Das ganze Leben von Josef ist ein Bild auf Christus, im Alten Testament. Aber das war dem Mose nicht bewusst. Das hätte er sich nie vorstellen können. Potiphar kommt an, ja? Die Frau von Potiphar und versucht ihn da irgendwie, ja? Israel kommt und versucht Jesus auf seine Seite zu ziehen. Also das ganze Leben von Josef ist ein Bild auf das Leben Jesu. Aber das wäre dem Josef im Traum nie eingefallen. Und das ist bei euch auch so. Wenn wir mit Jesus leben, wird unser Leben ein kleiner, ein kleiner vielleicht, eine kleine Kopie seines Lebens Jesu, ja? Ich habe dann gesagt, in der Bibel steht mal in der Offenbarung, Gott wird uns zu einer Säule machen in seinem Tempel. Wir werden nie mehr hinausgehen müssen. Warum steht denn das in der Offenbarung? Naja, weil das wahrscheinlich für Leute gilt, die mal irgendwo rausgeflogen sind. Warum? Weil sie an Jesus angefangen haben zu glauben, ja? Johannes 9, der Blindgeborene. Das dauert ja nicht lange, ja? Da wird ja immer Kesser, der Kerl, der gefällt mir gut, ja? Wollt ihr auch glauben? Ich habe es auch schon mal gesagt, ja? Also der wird richtig mutig im Glauben. Aber selbst die Eltern verleugnen ihn und werfen ihn raus. Ja? Und der fliegt dann aus der Synagoge raus. Und dann trifft der Jesus, ja? Und wird an ihm froh und wird an ihm gesund. Und das erleben Geschwister heute noch. Und dieses irdisch gesinnte Christsein ist etwas Erstaunliches, weil das was Religiöses ist, ja? Und die unterstellen uns und sagen, wenn wir sagen, der Glaube allein genügt, dann sagen die, du willst wohl nichts arbeiten im Glauben. Du musst auch was tun. Das ist ja ein Hängemattenchristentum. Oder du willst wohl der Sünde das Wort reden. Nein, 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 sage ich. Wenn jemand im Glauben Christus erkannt hat, dann lebt er ein Leben, was der irdische Christ nicht kennt, nicht sieht, nicht versteht, was ihm nicht offenbar ist. Weil der geistlich gesinnte Christ Christus darstellt. Und der irdisch gesinnte Christ, der schmeißt vielleicht gerade den aus der Gemeinde raus. Und glaubt sich damit, orthodox recht zu sein. Wir haben die ja rausgetan. Und wir haben auch der Gemeinde gesagt, dass die böse sind. Aber sie merken nicht, dass sie gerade damit Gottes Gesetz übertreten. Sie glauben, sie tun Gott einen Dienst daran. Aber die, die sie rauswerfen, sind die, die in der langen Tradition von Rausgeworfenen stehen. Eigentlich stehen die Rausgeworfenen in der langen Tradition des einen, der rausgeworfen wurde. Nämlich Christus wurde rausgeworfen, oder? Von der frommen Welt. Das ist ein großes Geheimnis. Und das ist den geistlich, den irdisch gesinnten Christen nicht offenbar. Die können das nicht sehen. Weil die haben nicht die Perspektive dafür. Das ist ein Geheimnis. Und das wird nicht jedem offenbar. Paulus nimmt da mal Bezug drauf in Römer 3. Er sagt, wenn die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher wird zu seinem Preis, warum sollte ich denn noch als Sünder gerichtet werden und nicht vielmehr so tun, wie wir gelästert werden? Ja, sie werden ja gelästert von anderen Leuten und wie etliche von uns sprechen, dass wir sagen, lasst uns Übles tun, auf das Gutes daraus komme. Welcher Verdammnis ist ganz recht. Er meint damit, es gibt Menschen, die sagen, lasst uns in allen Sünden leben, Gott vergibt uns. Weil er sagt, die Gnade in Christus ist so groß, die vergibt dir alle Sünde. Und jetzt sagt der Weltmensch, das ist ja cool, dann könnte ich ja alles tun. Logisch gesehen ist es sogar so, je schlimmer meine Sünde ist, desto mehr würde mir ja Gott vergeben müssen, desto größer würde ja die Gnade. Also müsste ein Christ nach Logik, die Logik ist übrigens auch nach dem Sündenfall gefallen, darf man nicht vergessen, ja? Aber nach logischem Schluss würde aus der Aussage, dass die Gnade Christi groß ist, würde nach der Logik heißen, lasst uns viel sündigen, damit Gott uns viel vergibt, dann wird seine Gnade auch groß. Darauf spricht Paulus ja an. Paulus entlarvt im Römerbrief die Logik des Menschen als sündig. Und das ist ein Teil davon. Schwierig ein bisschen vielleicht zu verstehen, ja? Aber er sagt, uns wird unterstellt, dass wir sagen würden, die Gnade Christi ist so groß, dass sie noch größer wird, wenn wir Böses tun, ja? Aber sagt er, das ist ja nicht die Konsequenz aus dem, was wir predigen. Sondern wir sagen, wenn jemand sich vor Gott erkannt hat, dass er Sünder ist, dann sieht er, dass er gar keine Möglichkeit mehr hat, vor Gott zu bestehen. Da hilft ihm auch kein Gesetz mehr und keine Anstrengung. Da hilft ihm nur noch eins, zu glauben, dass Gott für diese Sünder eingetreten ist. Mehr nicht mehr. Und dann wird er langsam gesund. Dann versteht er sich selber in Gottes Angesicht. Und der wird die Gnade Gottes nie auf Mutwillen ziehen. Sondern diese Gnade macht ihn gesund und macht ihn stark. Und gibt ihm ein ganz anderes Licht, als der irdisch gesinnte Gesetzes Christus hat. Das ist eine ganz andere Kategorie. Wenn der dann, vielleicht ziehe ich das kurz ein bisschen vor, stellt euch vor, ein Bauer macht, ich erzähle es immer gerne, ein Bauer macht Abendessen in seinem Hof. Und wie so eine Parabel, ja? Und jetzt lädt er nicht nur seine Kinder ein, sondern auch Ochs und Esel, ja? Das Vieh kommt auch zum Abendbrottisch. Die sitzen alle mit den Bauern, mit seinen Kindern sitzen die alle am Tisch. Der Esel sitzt dabei, der Ochse sitzt dabei, das Pferd sitzt dabei, die Kinder vom Bauern an, der Bauer mit seiner Frau auch. Und die essen zu Abend. Und dann sagt der Esel irgendwann, du, Bauer, deine Kinder arbeiten hier nix. Ja? Ich ziehe immer den schweren Wagen in die Stadt. Und ich muss die schweren Säcke zum Müller tragen. Ja, ja, sagt das Pferd. Und ich muss den Flug ziehen. Ja? Und der Ochse sagt, ja, ich auch. Und ich kriege auch nur Gras zu fressen. Und die da essen Marmeladebrote. Das ist nicht in Ordnung, ja? Die müssen auch was arbeiten. Ich habe noch nie gesehen, dass die was arbeiten. Schau uns an, sagt der Esel. Ich bin ein Esel. Mein Vater war schon ein Esel. Mein Opa war schon ein Esel, ja? Wir sind alle Esel gewesen. Und wir sind stolz drauf, Esel zu sein. Wir arbeiten was. Wir verdienen uns das hier, dass wir hier sind. Aber die da, die nicht. Die arbeiten ja nix. Das sind so Hängematten-Christen, ja? Und der Bauer sagt zu denen, passt mal auf, ihr seid mein Vieh. Und ihr seid hier, weil ich euch brauche, auch für einen Bauernhof, ja? Aber die da sind meine Kinder. Und wenn ich mal nicht mehr lebe, dann erben die den ganzen Hof. Und die erben euch auch. Warum? Weil das meine Kinder sind. Die Kinder vom Bauern sagen, ja, wir würden gern was arbeiten, aber den Flug, den können wir keine 10 Zentimeter durch den schweren Boden ziehen. Da sind wir nicht stark und das können wir nicht. Wir können auch nicht das Gras fressen, was der Ochse frisst. Das können wir nicht verdauen. Wir brauchen Milch und wir brauchen Marmeladebrote, bis wir groß und stark werden, ja? Das ist ein bisschen das, was das Gesetzeschristentum und was das Gnadenchristentum, was die Gnadenkinder unterscheidet. Das ist ja nur eine schwache Parabel. Aber da geht es eigentlich drum. Und diese, aus diesen beiden Arten von Glauben bestehen Gemeinden. Und manchmal ist das Schwergewicht auf den Kindern Gottes und manchmal ist das Schwergewicht auf den Eseln. Ja? Und wenn zu viele Esel in der Gemeinde sind, dann fühlen sich die Kinder nicht wohl dort. Aber die können das den Eseln nicht vermitteln. Entschuldigung, weil ein Esel bleibt leider ein Esel. Ja? So lange, bis Gott sich ihm offenbart und er auch zum Kind wird. Und dann versteht er langsam. Was, worüber wir reden im Evangelium, das ist ein Geheimnis. Das wird nicht allen offenbart. Ja? Und das ist was ganz Besonderes. Die Kinder Gottes, die haben Heimweh, die haben Hunger. Ja? Die haben eine ganz andere Art von Sehnsucht in ihrem Glauben. Die suchen etwas ganz anderes. Die haben eine andere Art von Hunger. Eine andere Art von Appetit. Dieser Appetit wird nicht von jeder Predigt gestillt. Ja? Dieser Durst kann nicht von jeder Predigt gestillt werden. Die Gesetzespredigt ist ihnen zu wenig. Dieses Streu und Hafer, das können sie nicht essen. Ja? Die brauchen etwas anderes. Ja? Deswegen ist das Evangelium, was wir predigen, nicht immer nur Marmelade. Ja? Das ist auch mal kräftige Speise. Das darf auch mal schmerzen. Das darf mal wehtun. Aber das darf nie töten. Das darf es nicht. Ja? Das ist auch spannend. Ja, dass Jesus sagt, wer meine Gebote hält. Da haben wir schon kurz mal drauf Bezug genommen. Wir sollen ja nicht die Gebote halten, sondern wir sollen Frucht bringen. Ja? Und Christus sagt, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Hat sich Christus euch offenbart? Habt ihr etwas Neues geschmeckt? Habt ihr etwas anderes geschmeckt, wo ihr sagt, ach, das ist anders als das, was ich bisher kannte. Da möchte ich mehr von. Das ist das, wonach ich Sehnsucht habe. Das ist, wo Christus sagt, wer meine, wer die Gebote Christi hält, nicht wer die Gebote vom Sinai hält. Jesus sagt nicht, wer die Gebote des Mose hält, hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Er sagt, wer meine Gebote hält, wer die Gebote Christi hält. Das ist ja fast so, als ob Christus schon einen Blick nach, hinter Golgatha wirft, hinter Pfingsten, ja? Ins Neue Testament hinein. Wer meine Gebote hält. Und jetzt gibt es viele Gebote, auch wo die Christen halten wollen, vor allem dieses Sabbatgebot, ja? Das gibt es ja ganz häufig im Internet auch, wir müssen den Sabbat halten. Adventisten und so weiter sagen das, ja? Einen ganz bestimmten Tag in der Woche, den müssen wir halten. Evangelische Christen sagen, wir müssen den Sonntag halten, der Sonntag ist heilig. Während ich gestudiert habe, habe ich, nee, das war in meiner Abi-Zeit, als ich Abitur gemacht habe, so kurz vorm Abi, habe ich gejobbt an der Tankstelle, sonntags. Das war zu Beginn für meine Mutter ganz schlimm, weil der Sonntag ist ja ein heiliger Tag. Du sollst ja den Feiertag heiligen. Das ist eins der zehn Gebote, oder? Ja, welchen Feiertag, den Schabbat oder den Sonntag? Muss man ja mal gucken, steht ja im Alten Testament. Oder nur den siebten Tag der Woche. Kann man sagen, ich bin Krankenpfleger, ich heilige den Dienstag. Und es ist immer der siebte Tag, ja? Da steht ja gar nicht, du sollst den Sonntag heiligen. Da steht auch nicht, du sollst den Samstag heiligen. Du sollst den siebten Tag, der soll heilig sein. Den sollst du halten. Ist es überhaupt noch wichtig, einen Tag zu halten? Gibt es heilige Tage? Nö. Gibt es heilige Orte? Gibt es heilige Gegenstände? Gibt es heilige Handlungen? Gibt es heilige Zustände? Nö, das gibt es alles nicht. Es gibt keine heiligen Talismane. Der Ort ist dort heilig, wo ein Christ ist. Da ist der Ort. Es gibt heilige Menschen in Christus. Das gibt es. Aber es gibt keine heiligen Gegenstände. Es gibt kein heiliges Weihwasser. Das gibt es nicht. Christus ist heilig. Die Gemeinde Jesu ist heilig. Aber heilige Handlungen, Sakramente, heiligig, das gibt es alles nicht mehr. Das ist alles in Christus. Aber der irdische Mensch, der will das gerne. Und der will auch gerne einen Tag in der Woche halten. Er will einen Sabbat halten. Zum Beispiel die Adventisten. Die einzige Stelle im Neuen Testament, die den Sabbat erwähnt, das ist diese hier. Das ist die einzige Stelle im Neuen Testament. So lasst nun niemand euch Gewissen machen über Speise oder über Trank oder über bestimmte Feiertage oder Neumonde oder über Sabbate. Welches ist der, das ist spannend, das ist der Schatten, von dem das zukünftig war. Aber der Körper selbst ist in Christo. So, das meine ich, wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern wir leben in der Verkörperung in Christus. Wir leben in der neutestamentlichen Wesenheit. Das steht hier in Kolosser 2,16. Das alles, Sabbate, Neumonde, Speisen und Trank und Vorschriften darüber, über Rein und Unrein, das sind alles Schattenbilder. Das sind Schatten von dem, was zukünftig war. Das sind Schattenbilder im Alten Testament. Aber die Verkörperung, die Wesenheit, das ist in Christus. Und wir leben in Christus. Also ist der Sabbat in Christus. Denn der Sabbat, der heilige Samstag sozusagen, ja, da ruht man ja von seinen Werken. Und in Christus ruhen wir von den Werken des Gesetzes. Warum? Weil, um gerecht zu werden vor Gott, arbeiten wir nicht mehr im Gesetz, sondern wir glauben an Christus. Dann hören wir auf von den Werken des Gesetzes und sind im Sabbat. Dann ist Christus unser Sabbat. Christus ist unser Feiertag. Wir halten den Sabbat, weil wir an Christus glauben. Jetzt gehen aber erdisch gesinnte Christen zurück und sagen, nee, wir müssen den Samstag, dürfen wir nichts arbeiten. Samstags darf man nichts arbeiten. Okay, dann schreibt mal auf, was man am Sabbat nicht darf. Darf man grillen am Sabbat? Ja gut, Feuer anzünden war verboten in der Bibel am Sabbat, dürfte man nicht machen. Also grillen fällt weg, ist verboten. Darf man Freunde treffen? Ja, das ist so eine, da muss man gucken, welche Freunde, ja. Darf man Auto fahren? Ja gut, im Zylinder ist ja auch Feuer, ist auch verboten eigentlich, oder? Oder gilt nur Feuer, was man sieht? Es gilt nur offenes Feuer. Ist im Zylinder, das müsste, wir holen einen Zettel und schreiben das alles auf, ja. Also was man am Sabbat darf und nicht. Und schreiben das alles, wir machen eine lange Liste. Und wir formulieren auch aus, welche Art von Feuer am Sabbat erlaubt ist und nicht. Das wird nicht nur eine Liste, das wird ein tausend Seiten dickes Buch. Das wird ein Talmud. Und dann sind wir im Judentum. Das wird Gesetz, ja. Denn dann müsste man ja formulieren, darf man am Sabbat kochen? Darf man Sport machen? Darf man mit dem Aufzug fahren? Die Israelis würden euch schon sagen, nö, das dürft ihr nicht. Dann darf man nur, wenn man so einen Schalter einbaut, wo man draufdrückt, und dann muss man ein paar Sekunden warten und dann fährt der Aufzug. Weil man darf nämlich nicht am Sabbat, ich glaube, irgendwelche Rädchen bedienen, ja. Da darf sich kein Rad drehen. Und wenn man auf so einen Aufzugknopf drückt, dann würde man ja den Aufzug in Gang setzen. Deswegen haben die so eine kleine Zeitschaltuhr da in Israel, ja. Dass man da so draufdrückt und dann dauert das so 15, 20 Sekunden am Sabbat und dann fährt erst der Aufzug. Damit man bloß das Gesetz sich über... Ist es das, was Gott will? Ist Gott so? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, ja. Aber das macht man halt mit dem Sabbat. Und dann müsste man ja das alles aufschreiben. Was ist denn mit den Speisegeboten? Was darf ich denn essen? Esst ihr gerne Sushi? Ja. Fisch dürft ihr essen. Aber Scampi dürft ihr nicht essen. Scampi ist nicht koscher, ja. Also aus dem Meer darf man nur essen, was Flossen hat, ja. Dann gibt es halt da Speisegebote und Reinheitsgebote. Was ist denn mit der Kleiderordnung? Mischgewebe ist verboten. Also Baumwolle und Viskose, no go, ja. Also müsste ich das schon mal hier ablegen, ja. Das sind Gebote aus dem Alten Testament. Was ist mit dem Verbot, nicht mit den Heiden zu essen? Könnt ihr das auch einhalten? Nö. Ihr seid ja selber Heiden. Ja. Das ist aber verboten im Gesetz mit den Heiden. Das darf man. Das hat Petrus ja auch gemacht. Also darf ich jetzt als Christ, ich muss ja das Gesetz, und das ist spannend, ich muss das Gesetz ganz halten. Ich darf nicht Sachen aus dem Gesetz rausnehmen und sagen, ja gut, mit den Heiden essen kann ich ja jetzt nicht einhalten. Wenn ich arbeite in der Kantine, es sind ja überall Heiden, ja. Außerdem bin ich ja selber einer. Dann lasse ich das Gebot mal weg. Oder wir nehmen vielleicht das ganze kultische Gebot. Die ganzen kultischen Gebote tun wir alle weg, weil wir haben ja auch keinen Tempel mehr. Wir nehmen aus den Geboten, aus dem Gesetz Gottes nehmen wir nur, wir nehmen nur die moralischen Teile, die nehmen wir da raus. Weil das andere funktioniert ja auch nicht mehr so richtig, ist auch nicht mehr so ganz zeitgemäß. Oder manche sagen, ja, das Gesetz gilt nicht mehr für uns, aber die zehn Gebote, die gelten noch für uns. Sagen auch viele. Das darf man alles nicht tun. Das Gesetz ist ein monolithischer Block. Man darf nichts aus dem Gesetz rauslösen. Entweder musst du das Gesetz ganz halten, alles. Oder du gehst verloren, altes Testament. Im Neuen Testament müsste man sagen, entweder musst du ganz das Gesetz halten, dann sollst du auch leben. Oder du musst deine Gnade ganz auf Christus setzen. Aber Teile aus dem Gesetz rausnehmen und andere wegtun, das darf man nicht tun. Das zeige ich auch gleich, warum, ja. Manche sagen, ja gut, Teile davon tun wir noch und Teile davon tun wir nicht mehr. Ja. Dann sage ich, wenn ihr das tut, wenn ihr Teile aus dem Gesetz nehmt und Teile aus dem Gesetz lasst, dann macht ihr, dann übertrete dir das Gesetz, weil ihr müsst das Gesetz ganz erfüllen. Ja. Wenn jemand, in der Bibel ist verboten, Mischgewebe zu tragen. Und ich sage, mit dem hier ist euer Gewand der Gerechtigkeit ein bisschen Gnade und ein bisschen Anstrengung aus dem Gesetz. Euer Gewand der Gerechtigkeit häkelt ihr mit gemischtem Gewebe. Denn ein Faden ist Gnade in Christus und der andere Faden ist Gesetzesfaden. Und das verhäkelt ihr zusammen und daraus macht ihr euch euer Glaubens, eure Bedeckung, ja. Und damit übertretet ihr das Gesetz, was ihr doch halten wolltet. Weil ihr sagt, ein Teil, was wir können, das halten wir aus dem Gesetz. Und was wir nicht können, das ist ja dann die Gnade Christi. Das kennt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade Christi. Und an anderer Stelle sagt die Bibel, dass man das Gesetz nicht auseinanderreißen darf. Und dass man das Gesetz nicht zerteilen darf. Paulus sagt, wer in einem fehlt, ist das ganze Gesetz schuldig. Also hängt das Gesetz ja zusammen. Das heißt, wenn ich also gemischte Ware trage, gemischte Kleidung, habe ich das Gesetz schon übertreten. Wenn ich am Sabbat arbeite oder Feuer in meinen Zylindern mache, habe ich das Gesetz schon übertreten. Das heißt, das funktioniert ja alles nicht, ja. Im Galaterbrief steht, ich bezeuge euch abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz schuldig ist zu tun. Nicht nur Teile. Man darf nicht das eine rausnehmen und das andere lassen. Aber wenn ich das ganze Gesetz halten soll, da bräuchte ich ja einen Tempel. Sag nicht ich, sagt der Rabbi. Die Rabbiner sagen, wir können höchstens 20% noch von dem einhalten, was uns gegeben ist, ja. Warum? Weil wir keinen Tempel mehr haben. Wir haben keinen hohen Priester, wir haben keine Opfer mehr. Das fehlt uns alles. Das heißt, das Gesetz ist ein monolithischer Block. Man darf das nicht auseinanderreißen. Das darf nicht willkürlich zerteilt werden, ja. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist es ganz schuldig geworden. Das muss man wissen. Und dann darf man sagen wie Paulus, dann gehen wir vom Gesetz des Mose ganz weg und gehen ganz auf die Gnade Christi. Und das war konsequent. Niemand hat sich vom Judentum so weit entfernt wie der Paulus. Niemand hat sich vom Gesetz des Mose so weit entfernt wie der Paulus. Kein Petrus, kein Jakobus, kein Judas. Die haben alle noch ein Stück weit im Gesetz gehangen, ja. Paulus hat das alles weggetan und hat das alles in Christus gesehen. Und hat gesagt, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn, ja. Er ist alles. Er ist Sabbat, er ist Heiligung, er ist das Opfer, er ist der hohe Priester, er ist Gott geoffenbart im Fleisch. Er ist der Heiland für mich, er wird die Welt. Alles hängt an Christus. Christus, Christus ist mein Leben, das ist das, worum es geht. Er ist das. Alles ist in Christus. Und das Gesetz hat noch den Schatten der zukünftigen Dinge. Aber wir leben ja in den Wesenheiten des Neuen Testamentes. Warum? Weil wir von Neuem geboren sind. Weil wir ein neues Gesetz haben in Christus, das Gesetz Christi. Wir sind Gesetz an die Welt. Das ist eine ganz, ganz andere Stellung. Das ist die Berufung der Gemeinde Jesu, ja. Das Gesetz, das muss normalerweise ganz gehalten werden und darf nicht auseinandergerissen werden. Es ist ein monolithischer Block. Und daran müssen wir auch festhalten, ja. Paulus schreibt es auch an die Galater. Er sagt, wo ihr jetzt aber Gott erkannt habt, wo ihr in Christus Gott erkannt habt, ja viel mehr von Gott erkannt seid. Ach so, Gott ist ja ein lebendiger Gott, stimmt, Gott handelt ja auch. Gott erkennt uns. Gott kommt zu uns, nicht umgekehrt, ja. Ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr Frucht bringt, ja. Ihr seid von Gott erkannt. Wieso wendet ihr euch denn wiederum zu den schwachen und dürftigen Satzungen, welchen ihr von Neuem an dienen wollt? Ihr haltet Tage, Sabbat und Monate und Feste und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht umsonst an euch gearbeitet habe. Ihr Galater, ihr seid ja wieder erdig gesinnt. Ihr wollt ja wieder Tage einhalten. Ihr wollt euch auch noch beschneiden lassen nachher. Dann, sagt Paulus, dann müsst ihr das ganze Gesetz halten. Aber unser Sabbat ist in Christus, ja. Und weil wir in Christus sind, ja, und in Christus von unseren Werken ruhen, halten wir auch den Sabbat. Und zwar in Wesenheit. Ja. Wir sind im ewigen Sabbat in Christus. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Und auf diese Weise halten wir auch das Gesetz ein, ja. Aber wenn wir eines Tages bei Gott sind, wenn unser Leben hier geendet hat und wir entrückt sind und sind bei ihm, dann wird im Rückblick unser aller Leben ein Stück von Christus dargestellt haben. Wie das Leben von Josef. Finde ich so ein schönes Bild. Josef hätte sich das nie träumen lassen, dass er ein Bild auf den Messias ist mit seinem Leben. Der hat gesagt, sein Leben ist voller Unbilden und voller Bosheiten der Brüder. Und Gott hat es dann doch gut gemacht, ja. Aber dass er ein Bild für Christus war, hätte er sich nie träumen lassen. Und das ist bei uns auch so. Wenn wir bei Gott sind eines Tages, wird unser Leben ein Bild gewesen sein auf ihn. Ein bisschen mehr und ein bisschen weniger, ja. Einer bringt 30-fältig Frucht, einer staubt 50-fältig, einer 70-fältig, einer 100-fältig, ja. Das ist unterschiedlich. Aber das ist das Geheimnis der Gemeinde Jesu. Also lasst euch nun niemand mehr Gewissen machen über Speise oder über Trank oder über bestimmte Feiertage oder Neumonde oder Sabbate. Weil unsere Aufgabe ist, nicht das Gesetz zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist die Frucht, die wir für und durch Gott bringen sollen. Frucht statt Werke, ja. Und deswegen sagt Paulus auch in Römer 7, Vers 4, wir sollen Gott Frucht bringen. Er spricht von der Frucht des Geistes und er selber will auch Frucht bringen und nicht mehr das Gesetz halten. Davon habe ich euch schon erzählt, ja. Esel und Schafe. Stellt euch vor, da steht so eine Herde Schafe, dann schließen wir auch damit. Steht so eine Herde Schafe, steht auf der Wiese und dann kommen Esel vorbei, ja. Und dann sagen die Esel, macht ihr denn da? Sagen die Schafe, wieso? Wir grasen hier. Ja, arbeitet ihr nix? Nö. Ja, und was macht ihr so den ganzen Tag? Ja, wir essen Gras und wir bringen Wolle. Ja, wie sagt der Esel, Wolle? Okay, kann ich nicht, ja. Aber ich schleppe zumindest die Säcke in die Stadt. Wir arbeiten was. Und ihr steht hier einfach nur rum? Ja, sagen die Schafe, wir stehen hier einfach nur rum. Ja, habt ihr sonst nix zu tun? Nein, wir stehen hier rum, das Einzige, was Schafe tun, ist Frucht bringen. Das heißt beim Schaf Wolle geben, oder? Ein Schaf zieht keinen Pflug. Ein Schaf trägt keine schweren Säcke. Ein Schaf zieht auch keine Kutsche. Auf dem Schaf kann man auch nicht reiten, also nicht weit auf jeden Fall, ja. Ein Schaf ist eigentlich zu nix. Du kannst mit dem Schaf überhaupt nix machen. Du kannst nix tun als Thunfisch mit dem Schaf, ja. Das Schaf steht nur da und hat nur eine Aufgabe, Gras zu fressen und Wolle zu bringen. Frucht zu fressen, mehr tut das Schaf nicht. Der Esel ist stolz drauf und sagt, ich komme aus einer Eselsfamilie. Wir haben schon immer Säcke in die Stadt geschlagen. Ich weiß gar nicht, was ihr hier habt, ja. Aber der Esel bringt keine Wolle. Von Eselswolle kannst du kein Kissen oder keine Jacke nähen, ja. Der Esel arbeitet. Und das ist der Unterschied, was wir, jetzt ist meine Batterie vollends aus hier im Laptop. Das ist der Unterschied zwischen dem Gnadenevangelium und dem Evangelium des Gesetzes, sage ich mal, im Neuen Testament. Luther sagt, wir machen aus Christus wieder einen Mose und das sollen wir nicht tun. Ja, das ist der Unterschied. Im Neuen Testament tun wir nicht, sondern wir sind etwas. Wir sind Schafe in der Herde des guten Hirten. Und wir sind Kinder am Tisch des Bauern und wir werden alles erben. Und wir haben etwas Neues geschmeckt und von dem wollen wir nicht mehr lassen. Weil das ist das, was uns gesund macht und was uns satt macht. In Christus. Was für ein Glück, dass Christus gekommen ist, ja. Stellt euch vor, Jesus wäre nicht gekommen. Was für ein Drama, ja. Und was für ein Segen, dass er da ist. Und er kommt und er kommt bald, ja. Das, glaube ich, das darf man sagen. Da möchte euch Gott segnen, sodass wir das verstehen. Das ist ein himmlisches Evangelium, was wir haben. Das ist etwas anderes, ja. Und danach haben wir Hunger, danach haben wir auch Sehnsucht. Amen. 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 Vielen Dank.